Hallo liebe Fußballfreunde, Thema, Thema Frauenfußball, Bundesliga, 2020, 2023, zweiter Spieltag. Bayer Leverkusen gegen RFC Köln, Ergebnis mit 1 zu 0. Start 11 von Bayer Leverkusen. Kosuo, Kükel, Start 11 von RFC Köln, Geld, Gutruf, Gutruf, Trägen, Mochres, Gefig, Bdeutschkelein, Koguters, Bundikam, Savasistokar, Beck, Lielsaker. Das war's von Bayer Leverkusen gegen RFC Köln, Uhrzeit 13.17 Uhr.